Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Irgendwas geht vor sich. Es fühlt sich nicht gut an. Sachen verschwinden oder bewegen sich. Ich hab dich lieb, Hannah. Ich will neue Schlösser. Was ist dir die Sicherheit deiner Familie wert? Dad, ich halt hier nicht länger aus. Das ist ein tolles Haus in einem tollen Viertel. Ich hab dich lieb, Hannah. Ruf die Polizei! Lauf! Oh Gott. Er lässt uns Dinge sehen. Er wird ein tolles Haus in einem mit Christianem... ARD Text im Auftrag von Funk